Sehr geehrte Damen und Herren, Detlef Ehlebracht ist mein Name. Ich bewerbe mich hiermit für die Kandidatur zum Europaparlament. Und wie soll ich Sie überzeugen, jetzt mich hier zu wählen? Kennen Sie mich? Die meisten von Ihnen? Nein. Ich bin ein bisschen vernetzt in den einen oder anderen Landesverband, aber im Großen und Ganzen keiner von Ihnen wird mich kennen. Wie vermittle ich jetzt Ihnen, dass Sie mich wählen sollen, dass ich Ihr Kandidat sein soll, Sie zu vertreten, unsere Partei zu vertreten im Europäischen Parlament? Das wird schwer. Und da sage ich Ihnen, das muss in fünf Jahren hier anders laufen. Jemand, der hier als Kandidat antritt, der muss mit einem Votum aus seinem Land hierher kommen, hier antreten. Denn nur die Parteifreunde im Land wissen, was derjenige schon geleistet hat, der sich hierher stellt und sich vorstellt. Das soll nicht ausschließen, dass ein jeder, der möchte, hier auch als Einzelkandidat antreten kann und soll. Ja, wir sind die Partei der Basisdemokratie, aber ich glaube, hier ist Optimierungsbedarf. Und ich möchte, wir sind schon gut, dieser Parteitag zeigt es wieder einmal, aber ich möchte, dass wir nicht nur gut sind, ich möchte, dass wir besser werden. Besser werden, das ist mein Ziel, daran möchte ich mitarbeiten und das war mir auch wichtig, dafür diese Redezeit hier zu opfern, in Anführungsstrichen. Jetzt zum Zweiten. Wer bin ich? Ich erzähle ein bisschen, was ich bisher gemacht habe. Ich bin seit dem 11.03.2013 offiziell Mitglied dieser Partei, so steht es auf meinem Parteiausweis. Da steht dann auch noch die Mitgliedsnummer 148 drauf. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Meine Beiträge, das macht mein Dauerauftrag, selbstverständlich überweise ich die, genauso wie ich die Mandatsträgerabgaben per Dauerauftrag überweise. Ich bin in Magdeburg dabei gewesen, aber habe dort nicht kandidiert, um auf die Pflichtfragen hier eingegangen zu sein. Wer bin ich? Wie gesagt, seit 2013 dabei. Eine meiner ersten Aufgaben war es, dort überhaupt die Unterschriften zusammenzubekommen, damit wir die Parteigründung in Hamburg hinbekommen. Die Organisation habe ich maßgeblich mitgeleitet. Jeder Einzelne dieser Unterschriften ist über meinen Tisch gegangen. Jeder Einzelne habe ich zum Einwohnermeldeamt getragen und dafür gesorgt, dass das gut geht, was unsere Parteifreunde auf der Straße für uns gesammelt haben, gut und sicher dort ankommt. Ich habe schon immer regional gearbeitet, schon bevor der Bezirk mich gebeten hat, mich regional einzubringen. Ich habe im Landesvorstand versucht, meine Arbeit zu machen, bin, nachdem ich dann in die Bürgerschaft gewählt worden bin, habe ich dort den Landesvorstandssitz aufgegeben, konzentriere mich auf die Bürgerschaft jetzt voll und ganz im Bereich Verkehr und Stadtentwicklung und darüber hinaus bin ich nachgerückt in die Bezirksverwaltung in Hamburg. Hintergrund hier, ich war eins Letzter auf der Nachrückerliste. Sie kennen das vielleicht alle, Mensch, komm mal mit rauf, es sieht immer gut aus, wenn wir eine volle Liste haben. Du hast so viele vor dir, da kann dir nichts passieren. Tja, aber wir sind halt in der AfD und der Fall ist eingetreten. Der letzte Posten war gefragt und ich bin selbstverständlich nachgerückt. Hätte ich das nicht gemacht, hätte sich die Fraktion dort auflösen müssen. Da sehen Sie ein Kennzeichen von mir, ich bin Parteisoldat. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen minderqualifiziert an oder abwertend. Nein, das tut es nicht. Das hat was mit Treue und Pflichtbewusstsein zu tun. Und genau das, glaube ich, bin ich, wenn ich so ein Mandat annehme oder auch eine Funktion hier als Delegierter, dann gehört es sich, dass ich diese Pflicht, wenn sie denn gerufen wird, auch erfülle. Ich bin aber auch nicht nur Parteisoldat. Wie gesagt, ich bin jetzt Mitglied der Hamburgerischen Bürgerschaft. Ich bin dort übrigens auch als Vizepräsident der Bürgerschaft gewählt worden, zwar erst im zweiten Wahlgang, aber das Theater war dann doch nicht ganz so groß, wie wir es jetzt im Bundestag erleben können. Ich habe mich dort eingearbeitet in die Bereiche Stadtentwicklung und Verkehr. Auch hier gebe ich ganz offen zu. Ich bin gelernter Flugzeugmechaniker, habe dann noch über einen zweiten Bildungsweg, kürze ich hier ab, einiges gemacht. Ich bin jetzt Fachinformatiker, arbeite in einem mittelständischen Betrieb. Ich kann mich einarbeiten in solche Themen und das habe ich gemacht. Gehen Sie auf die Internetseite, wir haben eine gute Fraktionsseite. Da können Sie sehen, was an Arbeit ich zusammen mit meinem Team, mit meinen Leuten, mit all dieser Unterstützung. Ohne die ich das natürlich nicht geschafft hätte, bisher erreicht habe. Sehen Sie sich die letzte Rede an über die Verwahrlosung der Innenstadt Hamburg. Aber ich glaube, das können wir auf andere Städte auch portieren. Ja, Berlin nehmen wir mal aus, ganz klar. Und die Frage wäre jetzt im Grunde genommen, warum, wir sind immer noch bei dem Thema, warum sollten Sie mich denn jetzt wählen? Ich frage sehr oft, welchen Mehrwert bringt derjenige auf der Position, für die er da vorgesehen ist. Da habe ich drei K's. Das ist einmal der Kompass, die Ausrichtung. Die Ausrichtung ist bei mir AfD und das Ziel, Mehrheiten an der Wahlurne zu erringen. Und dazu gehört es, die Pflicht zu erfüllen und alles zu unterlassen, was die Leute von der Wahlurne abhält, die AfD zu wählen. Dazu gehört Know-how, Arbeitskraft mit einbringen. Wie gesagt, gehen Sie auf die Internetseite, sehen Sie auf die Fraktionsseite, das ist mein Leistungsbeweis. Ich bin ein Verfechter des Leistungsprinzips. Kompromissbereit. Ich bin kompromissbereit. Das ist sehr wichtig. Sie sehen in mir niemanden, dürfen in mir niemanden sehen, der ein übersteigertes Ego hat, an dem ich eine Fraktion scheitern lasse. Deswegen auch mein Beispiel vorhin mit der Bezirksfraktion. Das sind Sachen, die für mich nicht in Frage kommen. Und das sind diese drei K's, die für mich elementar wichtig sind, die man mitbringen muss, wenn man in einem Team zusammenarbeiten will. Ich hatte es erwähnt, ich kann mich einarbeiten in neue Themen. Ich habe hier ganz tolle Menschen hier vorne kennengelernt, hier an diesem Büro, die ein Wissen haben, eine Sprachkenntnis. Ich ziehe den Hut davor. Ich gebe offen zu, da sind viele, die besser sind als ich. Die wurden aber auch schon gewählt. Deswegen waren die auch schon vor mir dran. Aber die Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe ist ein Thema, das brennt mir von jeher immer auf der Seele. Es kann nicht angehen, was hat denn die Entwicklungshilfe bisher gebracht? Schauen Sie sich das an. Jetzt habe ich mich ein bisschen verschätzt in der Zeit. Sieben Minuten sind doch kürzer, als man so denkt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Glück auf für, um mal hier die Worte von Herrn Reil zu benutzen, Glück auf für unsere Partei. Gutes Gelingen. Vielen Dank.